Ich muss mich an die letzten Sachen erinnern, die bis jetzt sind in dem Spiel. Muss ich jetzt... Wo muss ich denn hin? Wo sind meine... Kann ich irgendwo meine Ziele sehen? Ach da. Äh, treffen sie sich an der alten Schule. Redbird, hier Foxhound 6. Äh, Ausstieg auf die Jungen nicht. Over. Wir brauchen jetzt Unterstützung! Verstanden, Redbird. Helikopter ist unterwegs. Wir machen diesen Spinnern die Hölle heiß. Over. Ist unterwegs! Ja, wir kriegen Unterstützung. Ziemlich heftige Unterstützung. Das finde ich top. Wir müssen versuchen, uns in der Schule einzugraben. Ja, auf geht's, Leute. Endlich auch nicht allein unterwegs in dem Spiel. Finde ich auch gut. Leute, guckt euch die an. Die laufen ja wie... Ich hab einen Stock im Arsch. Oh, die sind irgendwie wie die übelsten Pussys. So. Okay, was rede ich von... Oh, wie die übelsten Pussys. Ich bin ja selber nicht so der... Mega-hard-haut-pipier. Ich muss mal Husten sagen. Kann ich hier lang? Ist hier irgendwas? Kann ich hier lang? Ach! Ah! Was? Wie? Was war das? Oh, ich bin gefallen. Oh mein Gott, ja. Ich bin ins Wasser gefallen, oder was? Verdammte Scheiße. Kontrollpunktladen. Oh, was ist denn das? Das war ja jetzt peinlich. Sehr peinlich. Hier rein, Junge. Ja, ich bin doch schon drin. So, hier, mach die Typen fertig. Redbird, hier, Poghound 6. Äh, aus der E-Motion. Bam. Over. Wir brauchen jetzt Unterstützung. Verstanden, Redbird. Er ist unterwegs. Wir machen diesen Spinnern die Hölle heiß. Over. Ist unterwegs. Ist unterwegs. Kommt hier. Okay. Wir merken uns, wenn man in Vietnam ist. Niemals in einen Fluss steigen. Ho, ho, ho. Ist hier irgendwas? Gras. Heime. Was auch immer. Ich muss mir eben das Headset so ein bisschen... So. Ah, lass mich durch. Ihr komischen Leute mit denen. Mann, die kennen Schatten. Schatten sind nicht so. Ich habe aber einen Schatten. Ich habe einen Schatten. Habe ich einen Schatten? Verdammt, Scheiße. Äh. Ich existiere gar nicht. So. Was? Was? Wo ist die Herdrasse? Kann ich uns auch rum? Ach zum Sprengen. Wiii. Sehr top. Okay. Ah. Stirb. Stirb. Verdammt. So, der ist. Kann ich ja selbst hier. Ohne einen. Wow. Verdammt. Auch die Gegner wissen, wie man exklusive Fässer einsetzt. Was? Ne, das ist meine. Da. Okay, der hätte mich ja mit der Makete oder so. Waaah. Hey. Fuck. Das ist ja wie ein Kott. Die greifen dann ja auch so melee mäßig an. Also schlagen sich. Schlagen sich zu Tode. Jetzt soll ich mir auch krass. Ich muss aufmerksam sein. Kann ich aufnehmen? Haben hier noch welche? Ach, das kann ich auch nehmen. Aber hier ist keiner. Hier ist keiner, verdammt. Ah, dreh dich um. Ah. Wir sind alle hinter mir. Die sind alle hinter mir. Mein Aiming ist gerade übelst fail. Ach, ich muss sie ihm wahrscheinlich. So, ich nehme mal hier eine Kar. Ah, ich bin die Scheißfreiheit. Wo sind ihre verfügt in den Kars? Da ist noch eine. So. Ne, Pistolen, Munition. Voll. So, jetzt habe ich, na, wenigstens 50 Schuss. Dann kann ich jetzt nämlich wieder mit der, das, äh, eintauschen. Ja, entspann dich. Also, wie ich gesagt habe, ähm, Munition, ich muss einfach meine M4 oder M16 eben wegkriegen. Ach, da. Ja, und, ähm, nimm die Munition aus den AKs und dann ist alles top. Bam, Kanalisation. Haha. In welchem Spiel gibt's das nicht? Scheiße. Ich hasse das. Oh. Oh, ich kann meine Waffe nicht benutzen hier. Oder? Nein, kann ich nicht. Ja, äh, ich hätte ja diese Frage laufen, in welchem Spiel gibt's keine Kanalisation. Hier rein, Junge. Da draußen ist die Hölle los. Also, Horrorspielen, meine ich natürlich. Und soweit ich weiß, haben wir keins gefunden. Einer meinte irgendwie 4-2, aber dann meinte der andere, ja, nee, äh, gibt's doch. So. Hier haben wir, oh, Granate. Sehr schön. Ähm, deswegen, wenn ihr, wenn ihr noch welche findet, kann ich... Wir haben Gas! Nach oben! Sanitäter! Oh mein Gott, sie haben Gas! Oh, verdammte Scheiße, die haben wirklich Gas, die haben verdammt viel Gas. Ach, du Scheiße, nach oben. Ja, lauf, lauf doch! Oh, das muss ich mir noch nicht. Oh, fuck. Scheiße, Gas. Gas braucht nur Scheiße. Oh, verdammt... Durch die Tür geschossen. Er ist nicht... Oh. Können wir jetzt weiter? Oh, ich bin gleich tot. Oh. Was, hallo? Boah. Haltet sie auf! Charlie, kommt sie über den Mauern. Das ist ja wie auf dem Schießstand. Okay, jetzt geht's nicht so. Also, wenn der Bildung so, zu sagen, komplett rot ist, dann bin ich so viel am Arsch. Aber so richtig. So gut wie so richtig. Er gibt Sinn. Mensch, bleh geil. Geht der richtig los hier so. Zack, zack. Ich fährf einfach mal die Granate. Das hat schon nicht ganz funktioniert. Wurzum, da hin! Oh, ja. Es ist schon sehr gut, wenn man ungefähr die Mitte des Bildschirms kippt. Muss man nicht mal anvisieren. Das ist schon. Ah, oh, gut. Ah! Ich will das nicht mal an, wie ich hinfrau. Wurzum, da hinfrau. Huio! So wong, bambam. Mein, mein, chinesisch. Vnetzum, was auch immer die da noch strechen mögen. Ah, der lebt immer noch. Boah, er schreckt mich doch nicht so. Arschloch. Warte. Bam. Nein, kann ich auch nicht. Munition, habe ich noch genug. Spring! Oh, ich kann mich teleportieren. Ich habe es geschafft. Schulhof. Ich bin Schramm. Sind Sie Walker? Ich bin Walker. Ich helfe Ihnen. Sind Sie Walker? Ich bin Walker. Walker, Sie müssen mitkommen. Helfen Sie uns. Sagen Sie uns, wo wir White Knight finden können. Aji-Sou. Aji-Sou. Wow. Schnapp ihn! Hi, Herr Schätzchen. Hast du genug Kaber gespielt? Spezial einhalten. Sie suchen deinen verdammten Bruder. Nicht zu gewecken. Boah, in letzter Sekunde. Level gemeistert. Weiter. Weiter. Cal? Dieser Albtraum hat sich Cal geholt? Mein Bruder. Hier ist irgendein verdammter Scheiß passiert. Eine Waffe, die den Krieg beenden könnte. Übel. Cal hat es. Er hat es gesehen. Dieses White Knight. Ist White Knight eine Epidemie? Oder eine Person? Ja, das freut mich auch. Und hoffentlich auch. Griffin will Cal finden. Verhindern, dass er es weiter verbreitet. Trang, dieses vernarbte Schlitzauge, will die Waffe. Und ich mittendrin. Wie immer. Das ändert sich wohl nie. Ich muss meinen Bruder finden und ihn hier rausholen. Den vorletzten Absatz finde ich also super. Und ich mittendrin, wie immer. Das ändert sich wohl nie. Nein, wir als Spielhelden müssen im Geschehen sein. Feuer einstellen, der gehört zu uns. So steht er jetzt. Was ist denn mit seinen Augen los? Scheiße. Grünes Blut. Das sah nicht gut aus. Überhaupt nicht. Sehr schön, dass du da bist, Blödmann. Leck mich doch. Da war Cal, eine Straßensperre, eine Brücke. Verdammtes, beschissenes Südseeparadies. Jetzt wollen Moskito in die Dase geflogen und hat ihr das Blut aus dem Herrn gesorgt. Sir, Sie müssen umkehren. Wir haben eine Quarantänezone eingestellt. Hey, Arschloch. Ich bin Griffin. Na, hat's jetzt geklingelt? Schon mal was von White Knight gehört? Herr Sir, ich muss Sie warnen. Uns liegen Berichte über mehrere Zwischenfälle. Na, das trifft sich doch gut. Ich hab ne Schwäche für Zwischenfälle. Stammte Scheiße, was macht der denn? Was? Oh, ja, toll. Ein Raketenwerfer. Ja, ist ja nix. Ist ja, top. Ah. Bam. So, wie ihr seht, ja. Bisschen schwammige Texturen. Tag 1, 7 Uhr. Quarantäne. Auf geht's. Dann wollen wir mal. Ja, ja.